Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich spiele eine weitere Runde World of Goo. Ich bin im zweiten Kapitel angekommen. Little Miss World of Goo. Und es ist der Blastery Day. Hier kommen die Windmühlen. Uh, eine Zwischensequenz. Okay. Wo? Ja. Die Windmühlen waren dazu da, eine Quelle sauberer, günstiger Energie zu sein. Für die ganze Welt. Aber es war nicht genug. Und eine andere Quelle der Energie musste gefunden werden. Der Schildermaler. So, und wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Uh. Okay. Ich, ähm... Kapsel hier mal so ein paar Luftballons dran. Aber ich kann dieses schwarze Dreieck nicht anheben. Also, runter mit den Luftballonen. Und dann schleimen wir uns hier mal eine... Uh. Eine kleine Schleimspur hin. So. So, 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 so. Blütsch. Blütsch. Ich geh dann nochmal wieder einen Luftballon dran. So, vielleicht greife ich das ja richtig dahin hänge. Blütsch. Blütsch. Die sind ja herzallerliebst. Und einen Luftballon. Gute Güte. Das wird ja ein ganz schön... ...schwieriges Unterfangen. Oh. Okay, ich muss also anscheinend über die... ...Quelle der billigen, sauberen Energie... ...hinweg. Puff. Ist ja blöd. Ich will hier so ein... ...zurückgehe-Dings machen. Da muss der anscheinend hier hin. Wie kriege ich den denn da jetzt nochmal ab? Wer sich da so hinten... Jawohl. Na los. Hoch. Hoch. Und. Hoch. Uuuh. Ne. Muss ich mal einmal ganz weit zurückgehen, um nicht zu sagen, es nochmal von vorne anfangen. So. Genau. Den ganzen Quatsch kennen wir jetzt schon. Brauche ich euch nicht nochmal vorlesen. Und ich muss über die Windmühle hinweg. Das bedeutet den massiven Einsatz... ...von Luftballons. ...überall und an jeder Stelle. So. So. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier hinten den Luftballon wegnehme und da oben dran hänge? Müsste das ja eigentlich besser gehen. Zack und zack und zack und zack und zack. Hier noch so ein Blitschi drin. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Blitschi-Blitsch. Flütt. Flütt. Habe ich noch irgendwo einen Luftballon? Jetzt einen Luftballon. Das fände ich zu super. So. Da ist die Röhre. Ich werde jetzt ein paar Luftballons umsetzen hier. Dann könnte ich ja im Prinzip schon mal versuchen, ob ich jetzt einfach runterkomme. So. 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 Der müsste schon irgendwie hier so runter, ne? Klatsch. Na ganz großes Kino. Ähm. Dann nehme ich doch mal einen Luftballon hier hin. So. Schon wieder einer runtergefallen. Das geht mir ein bisschen auf den Kranz, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich das schwarz so gut? Das kann ich gar nicht nehmen. Also muss ich hier noch was an der Kurvenform ändern. So. Ja. Hervorragend. So. Das sieht doch irgendwie so ganz gut aus. Aus. Na. Klatsch. Super. Aber. Ich habe elf von neun notwendigen Goos gerettet. Da explodiert noch gerade alles. So. Wunderschön. Neun von elf. Fünfundfünfzig Züge. Zwei extra Googelle. Und. Down the Drain. Wie es so schön heißt. Und das. Welcoming Unit. Ist die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Zockt viel. Zockt schön. Und. Tschüss. Das ist die Mal dazu. Mit mir geht. Okay. .